Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Grandia. Ja, heute mal ein bisschen, naja. Das letzte Mal sind wir in den Domruinen stehen geblieben, wurden von Geistern angegriffen und wir wollen doch mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Unsere Gruppe geht es soweit ganz gut. Gut, und dementsprechend, Ochse, Ochse, na, haben wir einen Vorteil? Nein, verdammt. Halt, Stopp! Bleib genau da! Das war knapp. Der hat auch schon ausgeholt, aber egal. Haben wir besiegt. In den Kommentaren wurde ich ja auch schon gefragt, wie lange dieses Projekt jetzt überhaupt noch läuft. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Spiel hat zwei CDs und wir sind noch bei der ersten. Ich möchte mich hier gerne dranhängen oder runter. Verdammt! Wie viel da runter? Das ist ein Item. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Was kriegen wir? Wieder ein Lebensrank? Jawoll! Darum ist das Ding hier. Okay. Dann geht es hier weiter. Gar nicht über die Brücke. Okay. Oh, schön. Einmal heilen, einmal speichern. Und dann wollen wir doch mal schauen. Okay, wir sollen da lang, aber ich will jetzt wissen, was hier oben noch ist. Denn wir sind ja ein Abenteurer und neugierig und ja, dementsprechend sollten wir auch diese Ruinen richtig erkunden. Und nicht nur so halb. Rotes Schleimgas. Oh, oh. Das war's für heute. Ja, sehr gut. Hat funktioniert alles. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das mit dem Ruckeln... Oh, nein. Scheiße. Nein. Oh, was habe ich getan? Ach, nö. Das tut mir jetzt leid. Das tut mir jetzt so leid. Ich beeile mich. Was? Die konnte ich überhaupt nicht sehen. Egal, ich bin im Vorteil. Wie auch immer das passiert sein soll. Ach komm, werfen wir mal einen Pupp. Werfen wir mal einen Pappi mal. Oh. Was? Was? B-B-B-B-B! Oh, Flame Burnham! Jawohl, zwei getrocknet. Und wir kriegen sogar noch ein Item. Reicht aber jetzt auch. Nochmal Jahre bekommen. Es ist nein. Es ist nein. Aber das Jahre haben wir doch schon. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich sollte weglegen, danke. So. So. Hm. 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 Geben. benutzen. So. Wir haben so viele Gegengifte. Das ist ja unglaublich. Machen wir mal zwei weg. Haben wir immer noch hier drei, vier, fünf, sechs. Das ist noch mehr als genug. Kraftsam. Ja, das ist doch was für unseren lieben Justin. Nein, du hast den. Plus eins Stärke. Wo sehe ich denn die Stärke? Ist egal, du kriegst das. Hier hätte ich die gesehen. Stärke. 47, ja. Passt. So. Schnell wieder zurück. Knopf drücken. Zusehen, dass wir weiterkommen. Nee, das ist die falsche Richtung, glaube ich. Ich glaube, ich muss hier lang. Nein, oder ja. Also, vielleicht. Hier waren wir noch nicht. Noch eine blaue Pille. Ich fülle Zauberpunkte wieder auf. Nein, das ist ja gar nicht so schlecht, dass ich so einen Unsinn gemacht habe. Schnell 2. Hier wieder hoch. Und da lang. Wie gut, dass die Monster besiegt sind. Jetzt müssen wir wieder an der Brücke sein. Jawohl. Ah, tut mir leid. Ich habe nicht gesehen, dass man da runter springt und nicht wieder zurückkommt. So, Fledermäuse. Ich mag die Biester nicht. Die machen so viel Schaden mit ihrem Blutsauger. Und weichen mir zu oft aus. Da war klar, dass der unbedingt noch Sue angreifen musste, oder? Aber auch das ist ja kein Problem. Wir können ja direkt hier nochmal heilen. Bevor wir den Hebel drücken, gehen wir mal hier lang. Ich glaube, hier sind wir richtig. Teilweise. Hm, okay. Haben wir das schon mal gemacht, was auch immer das ist. Dann gehen wir wieder hier rein und fahren runter. Nach oben natürlich, wollte ich sagen. Okay. Ja, hier gibt es Geld. Geld ist immer gut. Das ist, was auch immer noch. Was ist denn da drüben? Sieht auch toll aus. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück. Und dann haben wir auch schon wieder den Weg, um weiter zu gehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, damit kommen wir hier schön über die Klippe drüber. Ja, wie lange geht das Projekt noch? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich wurde es gefragt. Ich kann nur sagen, das Spiel hat zwei CDs. Wir sind immer noch auf der ersten. Und... Ja. Du gehst mal da hin. Und du... Machst Brenner auf die Geister. Ach, ich habe ja noch die... Frittisch. Ich habe ja auch noch den neuen Zauber, die Flammensäule. Wo habe ich den denn? Da. Aber den brauche ich ja jetzt noch nicht. Ja, bei Zeiten... Ja, wahrscheinlich kommt sowieso bald ein Bosskampf. Und da hauen wir das Ding auf jeden Fall mal raus. Ach ja, noch mal eine Sache. Nein! Nein, 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 nein. Das ist schlecht. Wenn ihr, ähm, Spielvorschläge habt, teilt sie mir gerne mit. Ich werde es mir auf jeden Fall überlegen. Und unter Umständen, ähm... Ja, kriegen wir das auch zu sehen. Und dann, und da kommen wir dann noch ein bisschen. Okay, wir werden es hier gemacht. Okay. Britisch. Immer wieder abbrechen. Wo muss ich denn jetzt lang? Da muss ich lang, da komme ich aber nicht lang. Gehen wir erstmal hier lang. Schauen wir mal. Aha. Aha, aha, aha. Wieder was gefunden. Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Da muss ich gleich auf jeden Fall gucken, ob ich auf jeden Fall nicht so oft auf jeden Fall sage. Dann, nein. Ähm, ich muss gucken, dass ich mein Inventar ein bisschen frei bekomme. Oh oh. Das war jetzt nicht so gut. Äh, doch. War's. Abgelogen. Glaubt euch um den letzten Treffer. So hat's gemacht. So. Das soll's dann aber auch für heute gewesen sein mit diesem Part von Grandia. Der kommt auch heute noch online. Heute ist der 18.07. Insofern, ich wünsche euch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin und auf Wiedersehen.